Musik 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 So meine kleinen Handtuch-Reservisten Für uns ist es an der Zeit, wir haben es im Update-Video angekündigt Ja, willkommen zu diesem Video Jackmade Sommerurlaub 2024 Diesmal nicht unter dem Motto Gardasee oder Bella Italia Sondern wir bleiben in Deutschland Es geht genauer gesagt an den Kummerhoher See Zu unseren Freunden vom Zirkus Adatio Dort machen wir jetzt zwei Wochen Urlaub Quasi 80 Kilometer weg von der Ostsee Der Wohnwagen ist schon da, denn wir waren letztes Wochenende schon dort Ja, und haben quasi unseren Wohnwagen dort gelassen Wäre ja auch Blödsinn gewesen, den wieder mit nach Hause zu schleppen Ist ja Quatsch Jo, gestern haben wir gepackt und alles soweit vorbereitet Und heute wollen wir alle nochmal arbeiten Und haben dann das Auto beladen Und fahren jetzt Richtung Norden Sonst fahren wir immer Richtung Süden Heute mal in den Norden Tja Back to the roots würde ich sagen So hat es mal angefangen Ganz einfacher Urlaub Im wahrsten Sinne des Wortes Aber um einen Freizeitparkbesuch kommen wir nicht umhin Wir werden in einen Freizeitpark fahren Und das wird wahrscheinlich der Heidepark sein Wann genau wissen wir aber noch nicht Und ja, wir versuchen natürlich weiterhin so ein paar Highlights festzuhalten Mit der Kamera Ich habe auch die Action Campe Das heißt, wenn wir in den See gehen Dann kommt die Kamera natürlich mit Und dann können wir ja mal vergleichen Welches Wasser reiner ist Das am Gardasee Oder das am Kummerower See Da habe ich aber jetzt schon eine klare Tendenz Wir werden sehen 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 Und Kissen Also egal Ähm Ja Mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen Wir freuen uns Wir sind happy Und äh Ja, freuen uns jetzt auf zwei Wochen Auszeit Zwei Wochen Erholung Äh Zwei Wochen Hobby Wie auch immer Ich denke, dass wir trotzdem eine ganze Menge erleben werden Das haben wir letztes Wochenende schon gesehen Wir wollten gar nicht wieder weg Das fühlte sich schon an wie Urlaub Und äh Morgen werden wir definitiv erstmal richtig ausschlafen Morgen ist spielfrei Wird sowieso nicht gespielt Heute spielen wir um 17 Uhr Wir werden wahrscheinlich kurz nach 17 Uhr dort sein Aber ja Das ist jetzt auch nicht so dramatisch Ansonsten kann man hier wieder ein bisschen Zirkusleben festhalten Vielleicht noch ein paar äh Kleine Backup-Infos für So Sachen, die euch vielleicht interessieren könnten noch Es gab ja noch die ein oder andere Nachfrage Das kann man noch erklären Äh In dem Video Deswegen wird es, ja Ein Sommerurlaub-Strich-Strich-Zirkus-Vlog Wir schauen einfach mal Aber es wird gut Davon gehen wir aus Das Wetter ist auf unserer Seite Zumindest in den nächsten fünf Tagen Das ist ja schon mal Etwas Würde ich sagen Gut Dann würde ich sagen Starten wir in unserem Sommerurlaub 2024 Wuhu So ihr Lieben, dann können wir ja loslegen mit dem Vlog Also wir sind gestern hier angekommen Unser Wohnwagen stand ja quasi schon parat Und ich habe noch die zweite Hälfte der Vorstellung mitgemacht Also eigentlich alles wie immer Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was ich meinte, dass dieser Platz so wunderschön ist Denn schaut mal Genau gegenüber vom Zirkus Steht dieses wunderschöne Haus Das ist wohl ein Gutshaus Man könnte es auch als Schloss bezeichnen Aber dieser Teil davor Nennt sich tatsächlich Schlossgarten Und ja, man kann auch hinter das Haus Da ist Wiese, da ist auch ein Spielplatz Da ist auch eine Gruft oder sowas Und gestern waren wir Also da wohnen auch Leute drin Das ist ein ganz normales Mietshaus jetzt inzwischen Weil wird als normales Mietshaus genutzt Und da wurden wir gestern eingeladen Von Leuten, die da wohnen Zum Grillen Da waren wir abends und haben gegrillt Getrunken Also Liebe und ich Wir waren glaube ich Eine der letzten, die gegangen sind Um zwei Uhr nachts Heute haben wir Spiel frei Und wir genießen das Wetter Ähm, ja, ihr seht Alles wie gewohnt So, da steht das Zelt Also alles wie immer Wir haben sogar einen großen Pool hinten zu stehen Da war ich heute schon zweimal drin Aber es ist ja auch nicht weit von hier Der See, der Kumagower See Den ersten Tag werde ich safe Erstmal richtig ausschlafen Weil, ja, die letzten Tage auf Arbeit waren anstrengend Viel gemacht Und jetzt haben wir Urlaub Und es fühlt sich auch an wie Urlaub Wir haben gerade Essen gekocht Dudeln mit Tomatensoße Nachher wird noch gegrillt Und ansonsten, ja So, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen Für den ersten Tag Äh, mal gucken Wann ich mich das nächste Mal melde Wie gesagt, es gibt jetzt nicht so viel zu erzählen Jetzt sind wir hier zwei Wochen Da freue ich mich Das wird gut Das wird toll Das wird erholsam vor allem Ach und eins noch Ein ganz großes Dankeschön an alle neu dazugekommenen Abonnenten Ich habe ja, wie ihr wisst, Sticker machen lassen Verteile ich auch immer nach der Vorstellung Ja, und alle, die quasi über die Sticker aus der Vorstellung Auf meinen Kanal gelandet sind Ja, ich bedanke mich, dass ihr da seid Ich hoffe, euch gefällt, was ich so mache Könnt euch ja mal umschauen Es gibt unterschiedlichen Content Von, ja, Modellbau über Vlogs Da ist alles irgendwie mit dabei Äh, tobt euch aus Schaut euch um Es gibt eine Menge zu entdecken Und, ja, viel Spaß jetzt auch mit dem Vlog Mal gucken, was wir so alles noch aufnehmen können Und, ja, viel Spaß jetzt auch mit dem Vlog So Freunde, heute ist Dienstag und heute haben wir einen ganz besonderen Auftritt Und zwar in einer Pflegeeinrichtung Gestern waren wir in einem Altenheim Das war ganz cool Äh, sehr viel improvisieren Aber es werden so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nummern Aus dem normalen Programm mit aufgenommen Ich übernehme dabei die Moderation Das wird sicherlich ganz lustig Ja, vielen Dank an unsere lustigen Spaßmacher So meine Freunde Heute ist Donnerstag Die Auftritte in den Heimen haben wir gut überstanden Gestern hatten wir dann mal so einen richtigen, ja, hohen Tag Haben wir gar nichts gemacht Außer gegessen abends Und, äh, heute ist Donnerstag Heute ist quasi wieder erste Vorstellung Heute ist 17 Uhr Morgen 17 Uhr Und am Samstag 15 Uhr Und dann haben wir Sonntag und Montag wieder frei Montag geht's dann in den Heidepark Und, äh, der Roberto hat mir einen neuen, ähm, äh, einen neuen, einen neuen Naja, ein August Also eine Clown-Nummer gezeigt Äh, die doch schon eher wieder Comedy ist Und er meinte, das passt ganz gut zu mir Also habe ich dann kurzerhand, äh, die Requisiten dafür noch bestellt Das bin ich jetzt am, oder sind wir am vorbereiten Levi näht und bereitet vor Und dann zeige ich euch gleich mal So als kleines Schmankerl schon mal Äh, den Gag Und, äh, dann werde ich probieren Das heute das erste Mal in der Manege aufzuführen Ich bin gespannt, wie gut das ankommt Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert Und ich hoffe, dass es lustig ist Ich bin, also ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe Er hat mir dann ein Video gezeigt Das hat jemand anderer gemacht Und, äh, ich fand die Idee so gut Das ist eigentlich auch schon wieder so blöd Aber es ist gut Äh, wie gesagt, wir bereiten das jetzt noch fix vor Und dann, äh, zeige ich euch mal, was das, äh, gibt Eine Stunde später So, Freunde Ihr seht, es ist alles vorbereitet Es ist alles fertig Ihr seht, ihr habt einen, äh, Zylinder auf dem Kopf Und, äh, das kann nur eins bedeuten Es wird gezaubert Wir fangen ganz klassisch an Wir setzen noch einen drauf Und jetzt aber richtig Äh, so rum Ja, super Knaller, oder? Oder der hier Den kennt ihr doch auch alle So, und jetzt werden wir ein Kaninchen aus dem Hut zaubern Äh Äh So, Freunde, heute ist Freitag Und, äh, gestern Ja, was gestern los war Das muss ich erst mal Die Nacht verarbeiten Es war Grundsätzlich eine sehr gute Stimmung Während der Vorstellung Und das hat richtig viel Spaß gemacht Aber was dann am Ende passiert ist Damit hat ja gar keiner gerechnet Es gab Standing Ovations Alle sind aufgestanden Ähm, die Leute haben gepfiffen Äh Wahnsinn Und am Ende auch noch Zugabe gerufen Ich habe ja gestern Äh, vor der Kamera Euch teste halber mal Meine, äh, meine neue Nummer Präsentiert Äh, die ganze Nummer Seht ihr jetzt Applaus Äh, die ganze Nummer 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 Und ja, was macht man denn bei so einer Zugabe, wenn man eigentlich schon alles gezeigt hat? Richtig, man zeigt was, was man noch nicht gemacht hat. Und da hat der Roberto gestern doch eiskalt mein Jonglierbrett hingestellt. Ja, und dann durfte ich das allererste Mal vor Publikum Bouncing-Jonglage vorführen. Und ihr wisst, das steckt bei mir noch in den Kinderschuhen. Ich bin am Üben noch und noch weit von einer fertigen Nummer entfernt. Aber ja, da habe ich gestern ganz spontan noch was gezeigt, was ich schon kann. Und tatsächlich, ich habe es nicht verkackt dafür, dass es so spontan war und nicht einstudiert war. Habe ich es Gott sei Dank nicht verkackt. Und ja, wir konnten dann die Leute ruhigen Gewissens nach Hause schicken. Also es war wirklich, wirklich sehr schön gestern. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Macht das immer, wenn die Leute gut drauf sind und mitmachen. Aber so wie gestern mit Standing Ovation und Zugabe rufen, das habe ich so noch nicht erlebt. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zum Thema Sticker. Ich hatte es ja schon mal angedeutet. Das macht jetzt auch, glaube ich, gar keinen Sinn, das in einem Update-Video reinzupacken. Und zwar bin ich am 2. August-Wochenende in meiner Heimatstadt. Da ist Stadtfest. Und dort stelle ich zum ersten Mal eins meiner Modelle aus. Und zwar die Würfelbahn. Und damit ich gleich noch ein bisschen Werbung für meinen Kanal machen kann, verteile ich da die Sticker. Und nicht nur dort, sondern auch hier nach jeder Vorstellung. Ja, heute ist auch wieder 17 Uhr Vorstellung. Morgen um 15 Uhr. Wir müssen noch einkaufen. Heute Abend wird gegrillt. Das Wetter ist heute eher bescheiden. Aber allerbestes Zirkuswetter. Und ja, ich würde sagen... Ach so. Und jetzt blende ich euch noch die Jonglage am Ende ein. Mit den Standing Ovations. Tja. Und dann melde ich mich entweder später oder morgen wieder. Bis dahin. Tschö mit Öl. Musik Vielen Dank.